Wir haben uns Folgendes gedacht, eine kleine Geschichte dazu. Wir haben in Hamburg tatsächlich einen Stadtmaler. Das ist ein Maler, der die Belange der Hanse Stadt Hamburg mit seinem Pinselstrich festhält. Und er ist namentlich Ralf Schwinge, aus einem Pinselstrich-Geschlecht heraus katapultierter Ausnahmekünstler. Und dem haben wir ein Foto gezeigt von Ihnen, dem haben wir etwas über München erzählt. Und er hatte sofort die Idee und den passenden flotten Pinselstrich. Und insofern ein Unikat, ein Original Ralf Schwinge Bild vom Hamburger Stadtmaler. Nur für Sie hängen Sie es charmant auf und es dokumentiert sozusagen unsere Leidenschaft, die wir mit München verbinden. Lieben Dank, sagen wir vom Hamburger Original Fischmarkt auf Reisen. Und das ist unser Gastgeschenk. Ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen mehr als nur freuen.